Herzlich Willkommen in diesem neuen Video. Wir werden heute gucken, wer zuletzt das Handy fallen lässt. Ash, dein Handy ist schon ein bisschen schrott. Oh mein Gott, das war doch mal heiler, oder bin ich, ist es noch mehr kaputt gegangen? Kann sein. Komm, wenn du jetzt richtig auf Risky gehen möchtest, lässt du die Hülle einfach ab, okay? Oh. Mama ist hinter der Kamera. Hi. Die hat ihr Handy ebenfalls mit dabei. Hi. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt alle unsere Handys in die Hand. Mama, du auch. 3, 2, 1 und go. Einfach festhalten. Ihr könnt vielleicht, na, erstmal die Handys. Aber Arm ausstrecken, oder nicht? Ich weiß nicht, die Regel. Eigentlich nicht immer. Regel Arm ausstrecken. Der Gewinner kriegt 500 Euro. Darf ich jetzt wechseln? Nein. Hast du schon gewechselt? Ja. Arm ausstrecken. Arm ausstrecken. Arm ausstrecken. Oh ja, okay. Christi wird sich freuen. Mhm. Fenster auf. Wer will zuerst? Wer fängt an, Ash? Du fängst an, das rauszuhalten? Mein Arm tut mir zu weh. Einfach aus Fenster. Fenster halten. Hi. Du da hinten. Wir sind gut dabei. Also noch hat ihr das Handy in die Hand. Ash, wenn du erst jetzt fallen lassen würdest, du würdest locker gar nicht. Du kriegst 500 Euro von mir, wenn du das Korb da unten drifst. Denkst du, du schaffst das? Natürlich. Denkst du, das Handy bleibt noch rein? Ich glaube, ich gebe auf. Was? Weiter. Richtig aufstrecken. Geht doch nicht mehr. Du musst richtig, so als ob du aus dem Fenster kriegen würdest. Und dann packst du auf das Handy besägen. Und dann packst du auf das Handy besägen. Das ist dein Handy. Was denkst du denn? Er kann das sehr gut festhalten. Wie wichtig ist dein Handy? Sehr wichtig. Jetzt kannst du alles probieren. Das ist zu kommst. Probst du dich. Oh. Oh. Wenn ich das so fest... Also, oh mein Gott. Wenn ich das aufs Weg nehmen würde, wenn ich das richtig bedeutend festhalten würde, dann kriege ich es nicht. Dann weiß ich, was wir auch heute Abend ausprobieren können. Drei Stunden später. Und nicht ablegen. Das zählt nicht. Weil ich muss die ganze Zeit so halten. Rechts Kamera, links Handy. Also, hier nicht schummeln jetzt. Mhm. Ja. Nee, nicht ablegen. Ablegen ist nicht erlaubt. Nein. Sicher? Nicht sicher. Was machst du? Ich will das auch. Mit deinem Handy? Ich habe mein Handy festgelegt. Ich will das auch haben. Okay, Ash. Wie willst du jetzt dein Handy wieder abbekommen nachher? Ich will das auch. Ah, was? Das ist alle. Okay, Leute. Wir haben kein Paket mehr. Das hält einfach. Und ich... Oh nein. Ja, soviel zum Thema. Es hält. Okay. Ich würde sagen, Ash kriegt ihr keine weitere Chance. Nein. Weißt du, was wir mit Verlierern machen? Du hast irgendwas Böses vor. Oh nein. Ah, üblich. Es war mal die Kampf mit dem Schloss und Waren. Schon gesehen. Nein. Nein, 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 nein. Nee, das geht nicht. Max, das geht nicht. Nee, das Handy ist... Du hast verloren. Das Handy ist... Hallo. Das Handy hat Risse. Und das... Ja und? Ja, nee. Ich verbiete es dir. Das ist Metall. Nee, das ist... Du verwirrst es. Geh weg damit. 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 Ich werde die Metallgeber nehmen und sich damit abwerfen. So lange... Na, lass mal einen Gartenstecker drin. Lass den Gartenstecker drin. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Du gehst ihm das Handy. Es geht weiter. Es geht weiter. Mama und ich sind nur noch im Rennen. Und wir haben heute geplant an den Strand zu fahren. Ich habe auch schon eine richtig gute Idee wie Mama dabei rausfliegen kann. Ich hoffe, dass es klappen wird. Ich hoffe es wirklich sehr. Werden wir mal sehen. Zeit fürs letzte Level von wer zuletzt das Handy fallen lässt. Er ist es raus. Und wir beide. Weißt du wo wir jetzt hingehen werden? Nein. Auf die Mole. Ganz ans Ende. Da rutschen wir runter. Und dann werden wir mal sehen wer gewinnt. Umziehen durften wir uns. Jetzt können es richtig kritisch werden. Wir müssen auch auf die Hundescheiße treten. Wir sind übrigens am Hundestrand gelandet. Weil Leo eben auch mit dabei ist. Jetzt steht gerade bei Papa. Und eventuell haben wir schon den ein oder anderen Hund gesehen. Der auch ins Wasser gemacht hat. Oder direkt an den Strand. Oh Gott der Stein ist locker. Pass auf der ist locker. Du kommst auch mit? Ja. Und ein Handy. Das Ding ist wenn nachher einer von zwei loslässt so ne. Ja. Das Handy ist weg. Irgendwo zwischen den Steinen im Wasser. Boah das ist rutschig hier. Also aah. Aua. Ich habe das Gefühl. Ich baue ein bisschen darauf. Dass Mama gleich Schiss hat. Und einfach freiwillig aufhört. Oder keine Ahnung irgendwie sowas. Warte was? Warte. Ich sehe noch gar nichts. Wir müssen. Da doch. Da hinten hin. Da hinten? Ja. Da ist mein Handy weg weg. Man kann gar nicht mehr stehen. Warte ich muss erst mal gucken wie ich hier laufe. Ja. Mist. Okay. Stabil stabil. Ja du hast wenigstens noch eine Hand frei so ne. Ich habe nur eine. Ich habe gar keine. Eine eine hat die Kamera. Eine andere hat das Handy. Gibst du Krebse? Ja. So und jetzt. Sind wir gleich am Wasser. Was? Ich hoffe gut. Ich hoffe dass du gute Backups hast. Und jetzt. Jetzt müssen wir vorsichtig sein. Weil die Steine sind nass. Jetzt müssen wir uns. Über das Wasser. Ich würde sagen. Ja. Das ist wirklich. Ja. Das ist alles. Ja. Wenn ihr mal auf euch aufpasst ne. Ja ja. Ein Handy kann man einkaufen. Euch nicht. Ne das stimmt. Das ist ein sehr gutes Argument. Okay. Mal bleibt da stehen. Und jetzt. Einfach Hand raus. Okay. Einfach gerade raus. Okay. So. Und solange. Machen wir das jetzt. Bis einer von uns beiden einfach nicht mehr kann. Okay. Okay wir werden zugegeben. Wir haben Zuschauer. Darf ich mich hinsetzen zwischendurch? Was? Darf ich mich kurz zusetzen wenn ich nicht mehr kann? Aber Hauptsache arm ausgestreckt ne? Das ist nicht tief. Also vielleicht. Mit ein bisschen Glück kann man auch sein Handy wiederfinden. Es. Du kannst die Kamera nehmen. Nein. Ich bin tief. Oder auch nicht. Wenn du Bock hast kannst du das ganze bisschen beschleunigen. Aber die Röte. Kann man da. Schubsen. Du. Kann man da. Ja und. Einer von uns beiden. Ein Handy geht heute flöten. Welches werden wir sehen. Also gut wäre meins. Weil deins ist zu teuer. Ach dann gibst du freiwillig auch? Nein. Oh schade. Ein Versuch war es wert. Nicht gewinnen. Arme ausstrecken. Oh ich kann das heute nicht mehr. Lass das. Du kaufst mir ein neues mann. Du weißt du was? Ich habe schon seit über 80 Wochen kein Backup machen können. Was? 80 Wochen? Ach ja. Das ist mehr als ein Jahr. Das ist mehr als ein Jahr. Das ist mehr als ein Jahr Mann. 80 mal 7. Sieben mal 8. Das kann ich sehen. Weil ich nicht viel Speicherplatz habe. Ich brauche deine Hilfe. Ich nicht. Ey wenn mein Handy hier wirklich runterfällt. Dann kannst du mir ein neues kaufen. Und meins war definitiv teurer als. Pass auf dich auf. Pass auf dich auf Kumpel. Dein Arm wird lahm. Ne da kann man das nicht erholen. Kann man da noch stehen? Hast du schon mal im Frühling gesehen wie ein Handy runterfällt? Ja ich weiß. Es ist ganz schnell weg. Ey Leute. Mama versucht da gerade. Falls ihr Handy da runterfallen sollte. Dass es nicht auf die Steine geht. Versucht sie hier raus zu finden wie tief das Wasser da hinten ist. Nein das ist tief. Wenn du was? Ist tief? Ash ich muss testen. Ich muss testen wie tief es ist. Okay. Also Max. Der mit dem T-Shirt. Never Waste Talent. Er hat sehr viel Talent. Und er ist gerade dabei. Echt jetzt. Never Waste Talent. Max hast du Talent? Ja hab ich. Auf jeden Fall. Er geht gerade. Oh mein Gott. Er geht gerade. Heiliger. Ich kann rausfinden. Wie tief das Wasser ist. Geh da mal rein springen. Nee spring doch nicht du. Oh was singt. Achso. Mach ich ja gerade. Mach ich doch. Wow. Ich kann hier easy stehen. Hey Mama. Ah. Nein mein Handy. Was? Wieso hast du das gemacht? Verloren. Erst du kriegst die Hälfte vom Gewinner ab. Jo. Ein neues Handy. Warte ich muss hier irgendwie zurück. Komm warte mal. Geht das? Ist das wasserfest? Ich denke schon. Also ich hoffe. Welches Handy ist das? F oder X? Meins. Ne X. XR. XS. SX. Hör auf jetzt man. Ich hab gewonnen. Leute lasst jetzt einen Daumen von oben. Dann vergesst du nicht den Kanal zu abonnieren. Soll ich dir eine Woche nicht geben. Lasst es uns gerne wissen. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Aaaaaaah. Echt.